Ich bin Postbote, der Postmann. Ich hab schon viel erlebt. Schöne Frauen, eifersüchtige Ehemänner, kreischende Kinder, sie wissen schon. Aber das Angebot, das ich Ihnen jetzt mache, das haben Sie noch nicht erlebt. Jetzt bringe ich Ihre Post in jeden Briefkasten, in jedes Haus, in ganz Freiburg. Und das verluftige 7 Mark. Ach übrigens, mein Name ist Flipper. Weniger Zahlen noch mehr erreichen. Flipper, die Kleinanzeigenzeitung in Freiburg. 7 Mark für drei Zeilen, statt 8 Mark 50 bei der Konkurrenz.